Hi Leute, ich bin's, euer Daniel und heute habe ich für euch eine kleine Challenge. Herzfrequenz steht auf dem Programm. Ihr kennt vielleicht die Sendung Ewige Helden und da mussten die Kandidaten in der Kategorie Kontrolle ihre eigene maximale Herzfrequenz bestimmen, aber nicht wirklich die maximale, sondern sie mussten einen Wert erfinden, den sie innerhalb einer kurzen Zeit erreichen können, durch irgendwelche schnellen Bewegungen. Und dann mussten sie diesen maximalen Puls von zum Beispiel 170 wieder halbieren. Also 170, dann die Hälfte davon und derjenige, der das in der kürzesten Zeit geschafft hat, der hat gewonnen. Wir machen was ähnliches. Es ist mal ganz gut, dass man sich einfach mal kennenlernt und weiß, wie der Körper so funktioniert und was sich den überhaupt leisten kann. Den maximalen Puls, den kann man durch eine Formel ermitteln. Aus der Sportwissenschaft gibt es immer Formeln, die eher so einen Richtwert darstellen. Und zwar der wäre 220 minus Lebensalter und dann immer so plus minus 10 Schläge, weil es ist immer so ein grober Richtwert nur und das hängt immer vom Leistungszustand ab. Das wäre bei mir, ich bin 36 Jahre, 220 minus 36 wären 184 und dann plus minus, also sagen wir mal so 180, 175, sowas in dem Dreh wäre mein maximaler Puls. Das ist meine maximale Herzfrequenz, die ich durch Training, durch Sport erreichen kann. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus, wie wir denn erstmal den Puls ermitteln. Dazu nehmen wir zwei Finger und messen den Puls hier an der Halsschlagader, an der Aorta. Zwei Finger gehen hier unter der Speiseröhre direkt hoch und versucht mal da so oben in Richtung Kiefer zu drücken und dann merkt man genau schon, da tut sich was, da bewegt sich was. Und das ist genau euer Puls. Den könnt ihr ganz gut spüren, da pulsiert das Blut richtig. Und jetzt versucht euch mal ein bisschen zu entspannen und jetzt nehmen wir einfach mal den Ruhepuls. Und ganz einfach, wenn man keinen Pulsgurt zur Verfügung hat, macht man das Ganze, indem man die Zeit einfach stoppt. Nehmt dazu eine Stoppuhr, euer Handy zum Beispiel. Und jetzt geht's los. Jetzt messen wir oder jetzt könnten wir zum Beispiel 60 Sekunden durchmessen, dauert aber viel zu lang, wenn es schneller gehen soll. Messen wir nur 15 Sekunden und nehmen den Wert mal 4 und dann haben wir genau die Schläge pro Minute. Ist zwar nicht so genau, als wenn wir eine Minute durchmessen würden, aber es geht einfach schneller und ein Schlag hin und her spielt da keine große Rolle. So und jetzt ermitteln wir alle mal einfach mal den Ruhepuls, einfach um zu sehen, wie denn so der Entspannungsgrad ist. Nehmt euch Zeit für euch, entspannt euch, nehmt eure Stoppuhr und jetzt messt ihr einfach mal oder zählt einfach mal 15 Sekunden lang. Ich mache das auch mal. Achtung, Puls messen, fertig und los geht's. 15 Sekunden zählen. Und Stopp. So, bei mir waren es genau 15 Schläge. Also ich habe jetzt hier einen Ruhepuls von 60. 15 mal 4, 2 mal 4, 30 mal 4, 60. Also 60 Schläge pro Minute. Das ist so ein, glaube ich, mein ganz guter Ausgangswert, guter Trainingszustand. Und jetzt versuch dir mal einfach für kurze Zeit, so ungefähr für zwei Minuten, aus dieser Ruhe Vollgas zu geben. Wichtig ist natürlich, dass ihr nicht irgendwas macht, wo ihr euch gleich zerrt oder euch irgendwie weh tut. So ein bisschen aufgewärmt sollte man schon sein. Und dann messen wir das Ganze nochmal. Und ich bin jetzt hier bei dieser alten Burg von Alcala Lareal. Dort fand auch der Wettkampf statt von Vox, ewige Helden. Und die Treppen, die eignen sich wunderbar zum Sprinten. Und ich sprint jetzt einmal runter und dann wieder hoch. Und dann sehen wir uns gleich wieder und messen dann nochmal den Puls. Bis gleich. Achtung. Fertig. Los. Fertig. Los. Sofort. Puls messen. 15 Sekunden. Los geht's. 164 Schlägen pro Minute. 164 Schlägen pro Minute. Also ich hatte jetzt gerade 41 Schläge mal 4, 164. Okay, und jetzt schauen wir mal, wie ich schnell ich brauche, bis ich diesen Puls wieder halb wirts habe. Schauen wir mal. Was da ganz gut funktioniert, ist so eine typische Schonhaltung zu wandern. Die Hände auf die Oberschenkel legen. Nach unten schauen. An nichts denken. Entspannen. Oder ihr könnt euch auch nur hier so ein bisschen aufstützen. Was man, um den Puls runterzubringen, nicht machen sollte, ist, sich irgendwo hinzulegen und die Beine hoch. Weil, was passiert da? Das ganze Blut aus den Beinen wandert nach unten zum Herzen. Und das Herz hat wirklich viel zu pumpen. Ja, weil viel Blut in Richtung Herz fließt. Also Oberkörper hoch lagern, Beine tief. Das ist eigentlich hier wichtig, um den Puls möglichst schnell wieder zu regenerieren und zu entschleunigen. Nun 64 auf die Hälfte. 82 müsste ich haben. Jetzt zählen wir mal. Jetzt ja bei 30 beginne ich zu zählen. 18, 18 habe ich. Also 18 mal 4, 72. Habe ich schon. Jetzt nach einer Minute messe ich nochmal. Und dann schauen wir mal, ob ich meinen Ausgangswert habe von 60. Okay. Fast, fast, fast bei 64 bin ich. 64. So. Das ist für euch mal eine ganz interessante Möglichkeit, einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Herzfrequenz, für den Puls. Und wer richtiges, intensives Intervalltraining machen möchte, der kann sich mal so an diesen Puls, an dieser Herzfrequenz orientieren. Also 220 minus Lebensalter und dann plus minus 10. Und wenn ihr Cardio-Training macht und vielleicht wirklich nicht ganz an diese Herzfrequenz kommt, dann seid ihr vielleicht super trainiert oder ihr gebt einfach zu wenig Gas. Ihr müsst einfach nochmal viel mehr leisten. Meistens ist es so, gerade in der heutigen Zeit, dass man meint, im hochintensiven Intervalltraining, man gäbe schon alles. Aber die meisten Anfänger, die machen das noch nicht. Es ist auch gar nicht unbedingt sinnvoll, Vollgas gleich zu geben, sondern sich langsam heranzutasten. Aber wer dann wirklich Gas geben möchte, der kann sich an so einem Maximalpuls ganz gut orientieren. Fassen wir nochmal zusammen. Ihr könnt euch einfach mal ein bisschen entspannen, den Ruhepuls messen, indem ihr die Schläge pro Minute zählt. Dann versucht mal Vollgas zu geben, so schnell zu sprinten, zu laufen, Treppenlaufen, Burpees wie möglich. Dann messt ihr den Puls nochmal und dann könnt ihr eigentlich dadurch schon relativ gut erkennen, ob ihr den Maximalpuls erreicht oder nicht. Und wenn ihr wirklich Vollgas gebt, von Anfang an, der Puls wird einfach nicht höher, dann liegt es einfach am Organismus. Dann ist es so, dass vielleicht nicht jeder immer genau diesen Maximalpuls erreichen kann, weil das Herz unter Umständen schon so gut trainiert ist, der Herzmuskel hypertrophiert ist, also groß ist und dann ist der Puls auch nicht mehr so hoch. So, das war es für heute. Also es war so eine kleine Challenge, so ein kleiner Ausflug in den Bereich der Herzfrequenz. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und schaut regelmäßig dienstags ewige Helden ab 2. November auf Vox, Titel nach 8. Ich wünsche euch alles Gute, wenn ihr wollt, liked mich, abonniert mich, ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Daniel. Ciao! Ciao! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018